Und herzlich willkommen bei Mass Effect. Wir sind jetzt wieder zurück auf Feros, 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 wie auch immer. Und zuletzt hatte ich, glaube ich, die Mission hier, die hier so stattfindet, abgeschlossen. Oh, hier gibt es noch Spotpunkte. Okay, Spectre Chaining, yeah. Ashley kriegt auch noch ein paar Pünktchen. Assault und Fitness, achso, hat noch einen, okay. Okay, Liara kriegt auch einen, und zwar First Aid, nicht? Advanced Overload für nächstes Ziel, oh, das ist gut. Okay, Journal. Assignments, ja, wir haben jetzt hier nämlich ein paar Assignments und die wollte ich jetzt auch noch fertig machen. Find Alpha Wollen. And the tunnels beneath Zeus Hope. Find cells. Okay. Return to Gavin Hossel at the refugee camp and give him the OSD that contains his data. Okay, das können wir, glaube ich, hinkriegen, es sei denn, ich habe das Ding noch nicht, aber doch, ich habe es ja schon gefunden. Okay, Gavin Hossel. Kein Gavin Hossel, kein Gavin Hossel, kein Gavin Hossel. Da ist Gavin Hossel. Any luck finding my workstation, help in the ruins? Jo, bitteschön. Ich habe das Daten gefunden und es zu deinem OSD gefunden. Das ist sehr gute Nachrichten, doch, danke. Ja, Entschuldigung, ich muss kurz auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wann ich hier die Aufnahme gestanden habe. Ähm, ja, kein Problem, habe ich gerne gemacht. Ich war da irgendwie, es war das wenig, was ich konnte. Danke auch. Viel Geld, ein bisschen XP. So, kleinen Quicksave einlegen hier. Okay, das ist ein bisschen, ja, Feind Alpha Wollen, habe ich noch nicht. Werden? Feind Cells. Hm. Was soll ja beides in den Tunneln sein, da drunter? Muss ich da wohl nochmal runter? Oder Elevator, Stairs und Down to Towns. Ja, dann machen wir das. Würde ich mal sagen. Ein bisschen Turbo, wenn man das hier Turbo nennen kann. Und, ja. So, nach links. Und nach rechts. Nach links, und nach rechts. Prothean Skyway. Hm, nein, aber Prothean klingt schon mal witzig. Also, es klingt natürlich nicht witzig, sondern interessant. Ja, hier geht's runter, genau. Ja, klar. Der ist da unten von uns. Na gut. Und weiter runter, und weiter runter, und dann sind wir unten. Und dann sind das hier die Tunnels. Und da ist zu. Okay, ähm. Ich weiß, das war hier schon alles mal unter... Oder... Äh, Quatsch. Das habe ich hier schon mal besucht. So heißt das, genau. Aber ich muss ja irgendwas hier übersehen haben. Da ist nix zum Anklicken. Hm. Zischt das ein bisschen. Auch nix. Seltsam. Entschuldigung. Hing geblieben. Ja. Da könnte man eventuell mal gucken, ob da was ist. Oh, ich glaube nicht. Nein, das ist mal nicht. Okay, doch, keiner Sack esse. Ja, da war ich schon. Das kann da natürlich nicht irgendwie noch erinnern. Das ist nicht allzu lange her. Weil das war jetzt hier dieser komische Raum, und hier war ja nix mehr los. Soweit ich mich erinnere. Dann bin ich nämlich zerstört. Und sind dann wieder zurückgejoggt. Okay. Soap, aber da geht's wieder hoch. Collapsed Highway Section. Na jutsch. Über die Brücke. Oh, hier ist noch was. Oh, oh. Ach, hier denn da. Leara, wie der Todesmutig gewesen. Oh, oh. Weg. Brüttel mit Schlucks. Das muss wieder aufhören. Okay. Okay. Sie steht wieder auf. Dann kann ich auch jetzt wieder speichern. Hehe. Ausgezeichnet. Gut. Gut. Sollte jetzt in der Füllseine, ja? Informiert, Devin Reynolds. Okay. Sprechen wir das hier oben nochmal an. Open. Meins. Ja. Auch meins. Medium Armor Human. Alkos Combine. Ariadne. Nee, Ariad. Eine Pistole. Okay. Oh, das ist nicht noch mit. Wunderbar. Wunderbar. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay. Wenn's das dann war, dann ab nach Hause, würde ich sagen. Kuba Waffe wegstecken? Ja. Wollte ich nicht. Schiff. Ich hab letztens wieder Mass Effect 3 Multiplayer gespielt, ein bisschen. Und das hat die Steuerung etwas anders. Falsche Richtung. Wir müssen nämlich nach links, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sehr schön. Gibt's gleich nämlich noch ein bisschen Geld und Erfahrungspunkte. Zwei Leuten wurde auch geholfen, also alles super. Zack. Da dann. Irgendwie haben wir Liara verloren. Macht nächstes Viertel wieder. Hoffe ich. Ja. Da wieder landen? Ja. Da hoch. Ich hab mal übrigens ein bisschen an der Lautstärke rumgefeilt. Ich hoffe mal, dass die Dialoge jetzt etwas besser zu verstehen sind. Und ich da nicht ein bisschen zu laut bin. Das ist immer ein bisschen schwierig abzumischen, weil das bei jedem Spiel unterschiedlich ist. Und es während der Spiel auch öfters mal variiert mit der Lautstärke, die man da ja sowieso hört. Deshalb ist das etwas kompliziert. Guck mal, das ist jetzt besser als vorher. Wobei es vorher auch nicht schlecht war, aber man kann immer ein bisschen was verbessern. Okay. Da sind wir davon. Schauen wir hier mal rein. Da ist schon Devin Reynolds. Was ist hier noch? Okay. Danke für alles, was ihr versucht habt, hier zu tun. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Guten Tag. Es... Es tut mir nicht mehr so leid. Ich kann mich wieder auf meine eigenen Gedanken denken. Wir haben eine Chance, zu beginnen, dankbar zu dir. Essen ist immer noch unsere allgemeine Worte. Aber wir werden es machen. Ja, ich hab ihn kaputt gemacht. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe das, was die älteste der Varen. Die resten sind deiner. Das ist großartig. Ich meine, Varen klingt schrecklich, aber mit dem Geath gone, kann ich eine Hunde organisieren. Danke, dass wir uns nicht abandenen, wie alle anderen. Joa. Kein Ding, ne? Alter. Bro. Homie. Ich sollte gehen. Hier. Für eure Probleme. Es ist nicht viel, was ich weiß, aber es ist alles, was wir uns sparen. Ja, level up. Gleich mal wieder die Punkte verballern hier. Und Charm ist auf dem Maximum. Intimidate. Ja, komm mal an. Cool. Increases Health. Immer zwei Prozent mehr Lebenspunkte. Ja, Weapon Damage. Vielleicht mach mal so. Genau, wollte ich Overload. Alles klar. Danke schön. Hallo? Danke, Commander. Es ist großartig, wieder frei zu sein. Da liegen die alle rum. Theros wird wieder in shape mit Notab, Commander. Wir werden sicher sein. Sie sagen mir, dass du die Gulen überlebt hast. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Oh, kein Ding. Gut. Ich bin mal wieder ein bisschen rum, Freunde. Ich muss hier hin. Hallo? Zum Beispiel diese hier. Ich habe diese Powercells in den Tunneln gefunden. Sind sie, was du schaust? Ich wusste, dass sie irgendwann aufstehen würden. Hier. Fidan hat mir ein paar Requisitionen-Money. Es ist alles dein. Jetzt, wenn ich diese Powercells in den Tunneln bekomme, kann ich diese Kolonie aufstehen und in kein Zeitpunkt laufen. Ja, und der Bärchen. Alles erledigt. Alle glücklich. Gavin, Hottel hat noch was zu sagen, vielleicht. Gucken wir noch mal zu Gavin. Ich dachte nie, ich würde so glücklich sein, einen Soldaten zu sehen. Entschuldige meine vorherigen Inaktion, aber unter der Thorin-Influgung wurde jede Meinung nach examiniert und filtert. Lass mich sehen, was du in Stuttgart hast. Natürlich. Zurück in der Zukunft und ich habe sogar noch mehr zu sehen. Okay, dann kann man ja vielleicht ein Sting-Booms kaufen, wenn ich das nicht schon habe. Tornado, was sind das denn? Armory. So ein Shotgun. Steht ja auch da. Ich bin ein Blimpfisch. Ja, dann habe ich wohl schon diese Lizenz gekauft. Du, wie dube Leertasse. Vielleicht gibt es hier nochmal was von Gavin. Well, thanks again. That data will be very valuable once I get out of here. Also? Äh, dann komme ich jetzt wieder weg eigentlich. Machen wir die. Na gut, dann muss ich da hinlaufen. Refugees. Ja, hier noch ein bisschen joggen und dann noch auf dem Raumschiff wieder tagelang rumsitzen. Das sieht hier nämlich auch so ein bisschen gleich aus. Betonwüste. Ja, da ist sie auch schon. Die Normen, die von außen so klein aussieht und innen drin total riesig ist. Nö, mir geht super. Die Cypher hat mich ein bisschen aufgelistet. Ich könnte dir helfen, ich bin ein Experte auf den Protheinen. Wenn ich meine Bewusstsein zu dir stehe, könnte ich vielleicht etwas Sinn machen. Klar, vulkanische Gedanken vielleicht mehr zu haben. Mach es. Geh, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Relax, Commander. Embrace Eternität. Das war unglaublich. All this time, all my research, yet I... I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so... intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are... are missing. The data transferred into the Commander's mind is incomplete. You sure you didn't come across any kind of clue or hint? Something we might have missed? Everything I saw, you already know. You were right about the Reapers. The Protheans were destroyed by a race of sentient machines. I think it is obvious there is a connection between the Reapers, the Prothean extinction, and the Conduit. But I did not see anything that would help us find it. Hmm. And yet? What's our next move? I was able to interpret the data relayed through your vision. What was there at least. But something was missing. Saren must have the missing information. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... I can... Oh... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. Are you sure it was the joining? I feel fine. Your role in our communion is passive. I am the one who must submerge myself in your mind. Drown myself in your thoughts. It is more difficult than it looks. The human subconscious instinctively resist the joining command. A strong personality like yours makes it even harder. It's also a big head. We're done here. Dismissed. I've sent off the pharaoh's report, Commander. Do you want me to patch you through to the council? Do you want me to patch you through? Do you want me to patch you through? I should have known if the council is not a whole. Do you want me to patch you through? I'll set you through the link now, Commander. Commander. Exergenius should have told us about the Thorian. It would have made you a job much easier. Du könntest es für ein Studium beobachten, statt es zu zerstören. Thorien liebte die Geheimnisse. Jemand, der es studiert hat, hätte es als einer ihrer Strahl. Vielleicht ist es für das Beste, dann. Zumindest wurde die Köln gebraucht. Natürlich wurde es gebraucht. Shepard würde zu irgendwelchen Längen, um eine menschliche Köln zu helfen. Ich bin ein Mensch. Sie waren in Ordnung. Sie waren in Ordnung. Aber manchmal haben die Spektren zu machen. Ich hoffe, Sie sind bereit zu tun, wenn die Zeit kommt. Auf Wiedersehen, Kommander. Wir werden für Ihre nächste Redaktion. Frau Williams, Kommander. Wir brauchen zu sprechen. Wenn wir diese Situation nicht jetzt nicht, ich bin Angst, dass die Dinge... werden... wunderschöne. Oh, wunderschöne, huh? Ich hoffe, wir können es sich verletzen. Ich will nicht, dass Dinge unverletzt werden. Denn es ist so verletzt zwischen uns. Schau, jemand in diesem Raum braucht eine Wahl. Es ist nicht ich, und es ist nicht du. Ich hätte das gesehen. Ich bin Angst, dass es nicht möglich war. Ich bin Angst, dass es unverletzt wurde. Ich weiß nicht viel über menschliche Beziehungen, aber ich verstehe das Konzept der Jealousie. Jealous? Du? Du bist nicht sogar unsere Spezies. Vielleicht ist das, weshalb du fühlst. Ich bin ein Rivaler, ähnlich wie einer, die du vorhin hast. Hostilität ist eine gemeinsame Reaktion zu den unverfamiligen. Doktor! Du wirst mich schmerzen, ich zeige dir, was meine hostile Reaktion ist. Ich weiß nicht, was es so aussieht. Beide von euch, aufzuhalten. Wir können das wie ein junger Adulter behandeln. Das ist dumm. Wir sind nicht heiratet, Shepard. Wollt ihr mit einigen Alien? Gehen Sie, das ist nichts in meinem Geschäft. Du bist für mich, Ash? Ja. Es ist schwer zu fühlen, wenn du immer mit deinem kleinen Freund auf der Seite sprachst. Oder ist das meine Rolle? Das ist genau das, was ich versuchte. Ich sollte dir nie sagen, Schepard, ich habe dich in eine schreckliche Position gelegt. Ich entschuldige. Entschuldige. Du hast mir recht gesagt, Leara. Ich fühle mich gleich. Ich habe genug gehört. Wir haben das jetzt geschlossen, Shepard. Ich oder sie. Warum muss ich eine Wahl machen? Vielleicht die drei von uns... Und, uh... In your dreams, Commander. Ich hoffe, ihr zwei, oder wie viele, ihr endet mit, wir sind glücklich zusammen. Wenn ihr nicht mindert, ich muss meine Geräte ausziehen. Missed. Ich fühle mich schlecht für sie, Shepard. Ich hoffe, sie wird okay. Ich werde mit ihr reden. in einem Moment. Gib ihr eine Chance, um sich zu kühlen. Ich denke, du bist richtig. Ich bin sorry, dass du in diese Position gelegt hast, aber... ich bin glücklich, dass du mich wählst. Ich glaube nicht, dass wir diese Diskussion hier in der Com-Room-Shepard weitergehen sollten. Du wirst mich wissen, wo du mich finden möchtest, wenn du eine mehr... private Gespräche haben möchtest. Das reicht doch erstmal und dann geht's nach dieser komischen Situation weiter in der nächsten Folge. Also dann, auf Wiedersehen.